So, Vogelschreck-Rakete von StarTrade. Jetzt haben wir zwei verschiedene Versionen. Einmal rot, einmal schwarz. Die beiden haben wir noch jeweils zwei Stück. Ist die anderen schon verdrahten? Ja, kann sein. Teilweise ja. Ich glaube manche habe ich in die Raketenbox rein gesteckt. Auf die ABA Blitz und Donner freue mich auch heute Abend. Ja, die sind schön. Haben die auch Stroke da, die Gelben? Nein, die haben alle kreisch. Wir machen mal eine gelbe als erstes. Ja, die sind leider immer so. Die rote als nächstes. Boah, die ist aber vom Kreischaufstieg stärker. Jetzt machen wir beide zusammen. Kommen wir auch recht tief. Ja. Ja. Ja.